Ja, mein Gott, lauter Helden. Angespannte Gesichter an der kleinen Leine. Ich nehme das mal und filme Sie von hinten. Ja, mein Gott, lauter Helden. Nehmt der auch Geschwätz auf? Ja, ich muss ja eines Geschrei aufnehmen. Können Sie schon mal vorquietschen, Anne? Ja, ich muss ja ein bisschen. Jetzt kommen beide nur für Dekker. Tschüss, tschüss. Was ist das jetzt hier? Noch nicht? Nee, nee, aber so da noch, oder? Wo darf ich jetzt? Na, Yvonnechen? So, jetzt geht's los. Rückwärts, will ich die Pille auch mal rückwärts? Ja. Okay. Ja, das ist cool. Dann ziehen wir auch mal drauf wie... Na, Untertitelung! Musik Aber deine Jacke ist auch, sie bremst dich auch ein bisschen. Dann mach ich jetzt Schuhe. Now it's time for me to flower. Geil, oder? Fangen wir mal die Kompos-Gefanz an. Unsere Helden. Wenn ich hinfalle, ist es auch nicht so cool, oder? Dann gehen sie ruhig voraus, dann können sie nur noch ein bisschen. Oh, da kann ich trinken. Verboten, das war verboten. Einfach verboten. Einfach verboten. Machen. Musik 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 Ich bin richtig drin, oder? Alles ok? Spass. Wo bin ich denn? Ah, du da. Im Schwarzwald. Und das schwingt jetzt, oder? Ich bin jetzt auf dem Popo auf. Oh! Ich bringe einfach gleich nach vorne. Nein, darfst du schon? Hat der schon freigegeben? Ja, das ist ok. Scheiße Leute, das schaffe ich nicht. Ja, natürlich. Komm, gehen sie ein Stück nach vorne. Ich halte sie noch zusätzlich fest. Aber sie hängen am Karabiner hier. Gar kein Problem. So, jetzt einhängen, genau. Jawohl. Aber ich bin ja auch ruhig. Dann der hier. Genau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Guck, dann kannst du da noch durchfälligen. Erstmal in zwei. Ja. Genau. Dann drauf. Ja. Voll. Und jetzt zuletzt den hier. Oh, wirklich? Oh, jetzt sind wir aufgelaufen. Nee, das ist gleich noch aufgelaufen. Ich weiß nicht, ich muss aber sehen, wo ich hin. Das ist ein Weitwinkel, da passt alles drauf. Ist das jetzt so rückwärts? Ja, das ist super sicher. So rohkarpisch nicht festhalten. An dem mittleren, an dem da. Ja, genau. Jetzt. Aber ich möchte mich aber auch gern rückwärts. Ja. Ja, dann machen sie rückwärts. Ja, super. Jawohl. Ja, super. Jawohl. So. Ich glaub, jetzt ist kein Auge mehr. Ich glaub, jetzt macht's ja Spaß. Eigentlich macht's ja Spaß. Eigentlich macht's ja schon Spaß. Bis man drin ist. Tief im Inneren. Also ich mein, jeder hat doch ein bisschen Respekt davor, oder? Ja. Ein bisschen schon. Naja, das macht keiner jeden Tag. Nee. Nee. Aber ich würd keinen Tag. Ja. Hast du Angst? Nee, Angst nicht. Aber so Respekt vor diesem, wie ist das? Komm. Also ich werd sie jetzt so was von vorfolgen mit meiner Kamera. Ja. Zwei. Zwei. Jetzt sind sie jetzt verklagen, Leute. Scheiße. Mal mal. Einmal was zieht der, dann wärs nicht. Zeig. Guck's auf. Danke. Dann beschreibt er doch erst gestorben. Ja. Mach's beste, ja. Ja. Bryinsey, rot. Tschüss. Wuuuuhuuu Ohhhh! Los gehts! Waaaah! Hu 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 hu! Yaaaaaah! Yaaaaaah! Waaaah! Hu hu hu! Waaaah! Wie堅 umsitaht! Und heiNext Opel Hast Du die Tanne berührt? Voll! yourselves die tanne berührt die tanne das finde ich zu kurz ich habe ja die beine angezogen beine zu tschüss verena bye bye Tschüss! Das war aber knapp, oder? Nicht, dass ich hier ran kam. Entschuldige ein bisschen. Das tut man nicht so arg ziehen. Entschuldigung. Ich traue mich nie loszulassen. Ich verstehe. Aber ich brauche etwas zu sagen. Ich traue mir auch etwas zu sagen. Aber ich lasse dann auch nicht los. Ich glaube, wir schaffen es. Jetzt bei der letzten ist sie zuversichtlich. Moment! Das sieht sehr elegant aus. Hast du das gefilmt? Nein! Ich habe alles gesehen. Das zeige ich im OP rum. Oh, da könnte er eigentlich gehen. Das machst du nicht. Intranet, oder? Ja. Wie hoch sind wir hier eigentlich? Ja. 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 Ich bin hier. Ja. 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 Aber diese Stufe, die Leiter machen. Scheiße, oder? Muss ich auch oben stehen? So ein sympathischer? Natürlich, ich sage Stopp und dann machst du einfach den linken Fuß auf die obere Stufe. Stopp. Soll du auf der rechten Seite sein? Nein, der linke, dann dreht sich automatisch zu mir. Der Frank denkt sich schon was dabei. Entschuldigung. Wer nicht fragt, kriegt keine dumme Antworten. Es gibt keine dumme Antworten. Ja, manchmal schon. Juhu. Das ist jetzt eine größere Herausforderung als das andere alles. Das ist richtig. Oder? Auch die werden sie schaffen. Ja, das ist wirklich auch. Nicht nach unten. Na, auf die Stufen gucken am besten, oder? Ja. Angespannte Gesichter. Ich kann nicht mehr. Zip Zip Hurra kommt jetzt. Und Hochgefühl. Hochgefühl gibt es auch noch. Wo geht es denn los? Da, da. Ganz entspannt. Wir fahren ja ins Tal zurück. Du darfst mal deine Mutti grüßen. Mutti, Mutti Lein, ich lebe noch. Wir grüßen alle, die in der in der OP stehen und schwitzen. Und die kleine Schenoa. Genau. Liebe und Grüße gehen raus an Schenoa. Schreit ihr alle mit? Ja. Ist ja gut. Schön mitschreien. Vorwärts, rückwärts. Rückwärts. Tschüss. 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 Zip Zip Hurra. Komm. Das ist so cool. Das war die ganze Zeit. Ja. Guck mal, sie lässt die Hände los. Ist ja cool. Ja. Guck mal, sie lässt die Hände los. Kommt aus dem Schreien gar nicht mehr raus. Schreien gar nicht mehr raus. Also ich find's grandios, dass sie das macht mit ihren ganzen Ängsten. Echt? Wirklich, der Hut ab. Ihr verlangt das wahrscheinlich mehr ab als uns allen zusammen. Natürlich. Und sie tut's nur für Schenoa. Und die ist nicht mal dabei. Und die ist nicht mal dabei. Zip Zip Hurra. Zip Zip Hurra. Zip Zip Hurra. ZoIS de wieder. Zip Знаje carbohydrates. Deswegen schwer es niemals zusammen. Zip impacted die Hände in der Welt. Salz zu nerven. So eher wo? WOOOOO! Wahrscheinlich ist der Abstieg jetzt zu kernischer, oder? Ja mitunter, wenn man nicht acht gibt schon. Ist das jetzt wirklich schlimm? Nein. Aber wir sind gestern viel schlimmer geworden. Wie war die letzte Runde? Sehr cool, sehr cool. Das bist du ever. Das war wirklich cool, weil es so ewig gedauert hat. Fand ich jetzt gar nicht. Eine Minute, ja. Richtig schön gucken. Wahrscheinlich weil ich so schwer bin, war ich zu schnell. Ja. Darf man das Helmchen absetzen? Ja, hier dürft ihr es absetzen, weil ich es ja eh nicht sehen. Ja. Cool. Eine Rettungsaktion. Da hängen sie doch schön. Geil. Sollen wir hier noch was geboten? Sollen wir einen Kaffee bringen? Wir hätten noch ein bisschen Käffchen und Kuchen können wir noch. Oh je. Kann ich auch. Jetzt muss er arbeiten, jetzt muss er aber arbeiten. Naja. Aber sie hat ihre Rolle gar nicht drin. Na jetzt glaube ich nicht mehr. Er hat die eine Rolle, ne? Siehst du richtig? Nein, die sind beide an den Rollen. Doch, jeder hat seine Rolle. Deswegen hat er so arme Muckis. Ich dachte es gibt Kaffee und Kuchen in der Mitte. Na? Na? Das hat sie gewonnen. Aber im Augenblick dachten sie okay. Bewusst. Aber war Föde in der Mitte noch klar? Ja. Toll. Bis dann mal abgehangen. Ja. Hat sich mal mit mir abhängen können? Ja. Wir wollten alle reinhangen. Super. Vielen, vielen Dank. Bravo. Das war dein Funkapplaus super. 50%. Er bremst dich jetzt mit den Händen weg. Ah. 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 Sehr schön. Wir wollten jetzt Action sehen. So Rettungsaktionen und so. Ja. Also geil. Wie viele Handschuhe habt ihr dann im Jahr? Drei, vier Paar brauche ich. Oh Gott. Sure. Diese Bremse. Also das jetzt weniger. Aber hier. Spürt man da eigentlich trotzdem die Hitze drin? Ja. Manchmal muss man dann riechen. Ah. Ah. Komm schnell mehr. Ja. Ja. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Nein. Nein. Das kann man jetzt nicht wahr sein. Ja. Ja. Das ist alles. Ja. Ja. Dann ist das alles schön. Also hinterher geht er so oder leg die Hand so drauf. Bitte nicht so. Das sollte der Höhe drin. Und falls ihr möchtet, könnt ihr dann noch draußen euch reinsetzen. Das macht's ja! Wir wollen erst mal rüberlassen, ohne mich jetzt auch noch. Mir reicht das, du soll rübern. Du sollst mit ruf an, kann ich dir leben. Guck mal, wie sie grimmst jetzt. Schöpste Hurra! Schöpste Hurra? Schöpste Hurra! Schöpste Hurra! Schöpste Hurra! Schöpste Hurra! Füße ein Film! Ich bin hier. Wir sind hier, oder? Jeeey! Zip Temporat! Jeeey! Yuhuuu! Hallo! Wie geht's? 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 Wir haben's geschafft! Super! Lächeln! Lächeln! Zip Zip Hurra! Ja, ich bitte drum! Jeeey! Juhuuu! Geil! Aktuell, mal S cut! Wie geht's? Wir haben's geschafft! B inputmaster, Was geht's? Ja, Le DD! Di дев死 ist ungefähr...! Wie Ist das? Wie ist das hier? Das war die Kapitel, ihn nicht lustig! Wie ist das hier? Du bist hier! Untertitelung des ZDF, 2020